so dann geht es jetzt wieder weiter und wir sind wieder in game und weiter geht es jetzt jetzt mach ich mal fertig vor der gemeinchen ja ist ein bisschen besser Also du denkst du halt das hauen ein bisschen, oder? Alter da ist keiner drin Muss ein bisschen drin Muss ein bisschen drin Den auch nicht Kein Allianz Das muss hier sein Wie schießt Oh 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 Gut Wir sind glaube ich raus Oh oh Ich glaube einer muss draußen bleiben Ja Scheiße ich habe ja Da ist ein bisschen mehr So da ist der zweite Oh 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 Im Übrigen... Jürgen ist also nicht dran draußen. Du musst nur einen am anderen Bereich dezimieren. Und wenn du jedes Mal einkennst, was machst du? Hauptsache, wir kommen weiter. Genau, die Volle sind. Ja, aber das ist halt die Melodie auf Legitärer. Die Volle ist auch voll hinter dir. Die sind wieder in den Trug. Wieder in den Trug. Das ist ja normal. Das ist gespeckt. Da hab ich mir leider nicht gehört. Nein! Da links wird ein Kling. Da! Links! Nein! Gut. Geh raus. Geh raus. No, da sind wir nicht mehr! Nein! 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 Wie viel Leute ich auch dazu? Ich weiß nicht. Ich möchte das werden noch nicht mehr. Ja, ja. Nein, das werden wir. Ich werde mal sehen, es ist nur ein Zuschauer, egal, es ist nur ein Zuschauer, es gibt Leute im Scheiß, wer zuschaut, man kann auch nur zuschauen. Gesteckt. Drei Stück. Aber eigentlich gesteckt. Wir haben das nicht raus. Vielleicht am besten noch gar nicht zu weit wieder an das Tor hinlaufen, dass die dann nicht aus See reinlaufen. Hast du da einen Bus gekauft? Nein, die. Nee, nicht. Ich nehme mich. Ah, sieht der Hooligan? Aber wenn er kommt? Ja, da! Ja, dann ist er. Der Name ist vom schwarzen Mann. Niemand! Wenn er aber kommt, dann werden wir da kommen. Ja. Wo ist er mit? Ja. Der kann ja springen. Es scheint die Zeit in der Varianten sowas zu diskriminieren, was man das jetzt sagen würde. Ja, da war es so lange. Der kann ja springen. Der kann ja springen. Ich hätte Zeit in der Varianten sowas als diskriminieren, was man das jetzt sagen würde. Ja, das war zu lange. Wollt ihr da mal hier oder? Da haben die Rückgeber für die Drei-Gase ja helfen. Aber du hast jetzt viel nix. Bleib am Bauen? Nein, nein, nein. Ja, nein. Zieh doch auf den Obercup, das größere Fleck ist. Wir fangen aber auf zwei Stimmen. Alter. Da kommt der nächste rein. Wo? Da links. Da links. Da noch nicht. 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 Oh, du hast dran. Da warte, ganz gut. Da hinten weg. Da hinten weg. Branden, der kommt. Da hinten weg. Ja. 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 Warum gut der Brand ist hier. Das sind viele von denen. Der großen. Ja. Mein Problem war, ich hatte keine Guni mehr. Ja. Aber gut am Laufen. Also, in der Mitte. Da kommt's drauf. Wurscht ja. Ja. Dann rein. Dann wird mir alle müde werden. Dann wird's nicht stecken. Dann sind wir in der 8. Barriere. Egal. Daniel, du schildst oder schildst dann vorbei? Ist der schildst? Oder ist Daniel? Mit euch. Oh mein, wir haben hier nicht geschlossen. Nein, der ist voll drauf zu. Okay. Du bist glücklich, ich bin wieder super. Oh mein, wir machen die Wirkmis. Wagen hier aufstehen. Wagen hier drauf. Wohl dich auch verstanden war! Die HL3 kannst du dies. Das wär's doch aufgeben. Die HL2 auch. Die HL2 auch schon. Ich hab' den Settlement gehabt, plötzlich. Deswegen find' ich den Kampagne. Alter! In den Gängen, wo... So radier' ich dir das eine nach dem anderen aus. Alter! Was war das? Haha. Ich hab' keine mehr. Ich hab' das. Ich hab' das. Ich hab' den. Ich hab' den. F*** dich! Hey, wir sind gelieft. Das gucken kleine Kinder zu. Ja. Kleine Dennis. Alter, ich hab' den Settlement. Ich hab' den Engine. Ich hab' den Internet noch nicht verloren. Wenn ich jetzt nehm' ihn mit... Jaa, warum läuf' ich genau gegen den Fizikowel? Das ist die Mäste verbrannt. Au. 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 Kontakte! Fliegenmenge Kontakte! Keine Allianztruppen! Es muss ja betringen werden! Au. Au. Ich glaube der Gang hier ist schlecht. Ich hab sie erwischt! Ich hab sie erwischt! Ich hab sie erwischt! Ich hab sie erwischt! Jetzt wissen sie mal wie das ist! Ist das alles was du brauchst? Ich hatte recht! Ich hab sie erwischt! Ich hab sie erwischt! Nice am Lai, drauf! Boah! Boah! Hier ist die Kruger-Jump! Kippt euch! Daniel! Kippt euch! Kippt euch! Kippt mich selbst, Daniel! Ich glaube, das ist eine gute Idee, dass wir hinten rauskommen. Kommen sie nicht so schnell rein. Traschen schlafen wir schon. Unsere Arbeitgeber. Also, wir sind im Jump! Ja, boah! Beste Arbeitgeber. Wir werfen dich alle bei diesem Fall. Super schön. Draußen wieder. Drei, ne? Vier! Ich finde, Leute drehen so harmlos. Zehn Leute. Ja. 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 Lauf erstmal weg, dass die Kinder in deinen Händen kommen. Also in dem hier kommt es nicht von hinten. Lass nicht mal raus, aber geh durch. Bleib zu sehen, schon zufrieden jetzt. Ich hätte jetzt hier noch zufrieden. Was waren wir jetzt am düsten? Nochmal probieren. Stille. Ich habe nur 27 Schuss, was soll ich denn machen? Ja. Geh rüber rein. Okay. 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 Jetzt mach es fertig. Soll ich raus, ihr habt noch nie ein, 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 ein? Ja, die hatten mehr Leben, was geht. Ja. Okay. Okay. Yeah, das war's. Okay. Okay. Oh, das war's. Was ist das? Daniel, das war jetzt immer ein Zorn. Das ist so ein Spiel. Ich kann mal die, der nach dem Anschlag reinkommt. Dann kann ich die noch aus dem Klettern vielleicht. Das war jetzt. Ich hab den Lipps aufgesucht. Ja. 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 Ja ich hab den Waffen jetzt aber, ob ihr da drauf ist und dann schießt hier. Ja. 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 Das ist wieder eine Garten. Wir haben gerade eine Garten. Da ist halt nicht willkommen, dass wir sie sehen. Das ist immer so viel. Also, ist es zu sehen? Ja, also, ich muss auch mal schauen, was ich noch gerne machen kann. Ich hab's denn gemacht. Was ist denn? Ja, man weiß, das hat man ja auch keine mehr, das hat. Er kann es nicht. Zwei Stück. Aber jetzt läuft's, jetzt kommt keiner hier rein. Jetzt geht's gern auf, oder? Kontrollpunkt ist aufgeschlossen. Wir haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Was willst du denn? Oh, da kommt zwei Jäger rein. Oh Gott, der bleibt drin. Ja, ich muss es gerade sagen. Der hat trotzdem mal hier. Willst du nicht mehr schießen? Vielleicht noch einen danach. Alter! Alter! Ich soll nicht immer so auf. Jetzt bleibt mal cool. Bist hier im Live-Sleep. Vor allem, wir sind schon weit gekommen jetzt. Kannst du nicht da jetzt so rumflamen? Ja. Ja, das ist nice. Black Hawk Down. Black Hawk Down. Von der ist viel besser. Was sagst du? Mehr Lust auf. Na, aus dem Innen am Samenschall. Da kriegst du ihn, kriegst du ihn richtig von hinten. Der richtige Reinballer. Der ist schon richtig ranzig erst. Du wirst eigentlich eine solche Kanten halten. Das sieht aus der Luft aus. So gestoßen. Der Luft könnte ich auch rauskommen, wenn es der letzte ist. Das ist das meiste mit Gas. Das ist gut. Das macht's gut. Gut gemacht. Bravo! Danke. Wir müssen rauskommen. Ich glaube nicht mehr. Ich sammle jetzt erstmal. Was ist mit dem Ziel? Alles gut. Wir warten mit dem Ziel. Warte mal, was wollen wir uns sammeln? Weiß gar nicht. Gibt's denn locker was? Ja, ja, ja. Da geht's zu. Alles weg gesagt. Oh, schaut's aus. So, da geht's weiter. Da haben wir Säuberungsdienst. Da haben wir kurz vor. Puh. Wir könnten versuchen, über die Seitengänge weiterzukommen. Ja, wir könnten versuchen, über die Seitengänge weiterzukommen. Ja, wir könnten versuchen, über die Seitengänge weiterzukommen. Warum? Ja, über die Seitengänge hat sie ja gesagt. Und jetzt, zwei Granaten lassen wir vorausgehen. Na? Na? Tot! Oder die Steiger sind. Oder die Steiger sind. Oh, das ist die Granaten. Oh, das waren wirklich. Was haben wir hier? Das ist die Granaten. Das ist die Granaten. Ich würde sie einen Rücken aufbauen. So, ich geh mal gleich runter, du kannst hier oben warten. Sandra, wie viel Kuppen? Nur einer. Oh, Tendo ist losgefahren. Wir könnten versuchen, über die Seitengänge weiterzukommen. So. Und, ja. Was? Alter! Ja, wo kommst du jetzt hin? Immer so, der Leid. Ach, du warst eine Granate. Ja. Ich hab den, falls der kommt. Und du hast ja gut mitgebracht. Wenn du reinläuft, ist er tot. Warte halt mal, ich hab da meine Niedler. Ja? Dann sag halt was. Du bist Niedler. Das zeigst du mir. Alter! Wenn sie kommen werden. Das hat dir auch vertraut. Das ist aber keine Massenschlägerei. Rumpel die Kumpel. Lass mich voll, ich hab vier Granaten. Meine auch gesammelt wahrscheinlich. Oh. Wollt ihr da einfach rausgehen? Ja. Da sind sie. Geh wieder runter. Ja. Also ich geh ganz runter. Wie heißt es wieder? Ich bin der Fall. Ich geh mal bitte auf. Ohne ist er zu. Genau. Da bleibs stehen irgendwo. Bleib da stehen. Ja. 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 Kling, ging, Granate. Wir fern zurück. Deckung ging. Kling, ging, Granate. Wir fern zurück. Deckung ging. Wieso? Mein Mann. Und wachen? Ja. Wieso? Wegen der Mutter für mich. Wie es aussieht jeder. Freit ist groß. Wo ist der Hunde? Ja, vorbei. Aber wo ist der Rest drauf? So. Sollen wir ein bisschen nachkommen eigentlich? Nein, nein, nein. Warte, da steht einer. Warte, ich will die Shepherd. Warte, wir werden diemregelung. Warte, ich will die diemregelung. Ich geh schon. Warte, wir sind jetzt hier. Viel Spaß! Warte, du hast hier fast leer. Jetzt wird sich gleich bei mir gespawnt. Die können sich tun, oder? Mit der Tür. Ich geh doch runter. Nein. Ich geh doch runter, oder? Ich hab ja keine mehr. 3 Stück. Zum Schluss. Alle keine Leidlin. Ich hab ja auch gebraucht. Ich kriege mal die von der Leidlin. Ja, warte, Asche. Ich hab ja auch gebraucht. Ich muss mal ein bisschen Sex spielen. Ich hab ja auch gebraucht. 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 Du hast es gestorben. Ja, du bist wieder noch bestorben. Ich hab ja noch gebraucht. Jetzt hast du es gestorben? Ich hab ja auch gebraucht. Ich kann noch ein bisschen hauern Da habe ich jetzt nicht aufgepasst Wie er dich knarzt hat So werden die Glömer ja fast leer gehen Ja, ja, so wie ich dies Du wohnst jetzt eh gleich hinter mir Nur wann Toll 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 Es läuft immer aus, immer schön nachladen Kontrollpunkt abgeschlossen Okay Toll 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 Was ist das? Ich wollte auch ein bisschen schießen. Ja, das ist auch legendär, das ist immer ein bisschen glücklicher. Manchmal ein bisschen safe spielen. Weil die Gegner, sie hauen dich weg, die stangen dich. Da bringe ich jetzt da draußen mehr. Da bringe ich ein bisschen mitballe. Und ruhe ich da draußen im Sport. Oh mein Gott! Ich muss hier nur schauen, wie wir da abgeht. Ist man nicht die Hörerung drin? Doch. Also. Ist doch gut, dass ich ein bisschen mit rauskomme. Ich muss noch wissen, dass ich hier irgendwas rauskomme. Ich muss noch nicht die Steepi-Glatschig sehen. Ah! Oh! Oh! Oh, wo sie wüsstest. Ah, wo ist es? Der, du, kommt hier. Alter. Alter! So sind wir hier dran, aber da sind die Dinge. Geh weg! Ja, das ist normal auf Legende, ja. Aber genau deswegen spielt man es ja, dass es ein bisschen anspruchsvoll ist. So, unten ist... Schaut Clearing aus. Jo, unten ist Clearing. Aber warte einfach mal, vielleicht spawnst du ja neben mir wieder. Weil irgendwo muss ich sie jetzt hingehen. Theoretisch. Das ist das einzige, was auch nicht ist. Dann gehe ich immer da lang. Ich habe diese Befürchtung, dann komme ich wieder bei dir raus. Ja, du musst auf einer anderen Seite drüben, glaube ich. Ey, da bin ich nicht gestorben. Das ist meine Leiche. Das letzte hat sich noch mal in Perfekt. So spielen wir auch. Jawohl, jetzt sind wir hier unten. Ah, hier. Schaltfläche. Hehehe. Hehehe. Steh mich. Und spawnst die gleich hinter mir. Könnte ich auch noch schauen, ob hier unten Munition für mich liegt. Ja. Ja. 80 Schuss für Sturmgewehr. Jetzt sieht es gerade wieder schlecht aus. Was hat er denn für alle jetzt weg? Was ist das? Ein Laptopchen. Wir müssen lieber auf Platz. Ja. Aber wir haben jetzt noch 20 Minuten oder so. Andi ist dein Ding an. Ja, top. Ja. Ja. Kameraden ist ansteck. Hast du so ein Ding gesammelt? Ja, das kann ich nichts mehr machen. Ja, dann wart du mal da, dass wir da safe sind. Ja, gehen wir mal. Hm? 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 Hier waren wir ja auch schon. Wenn ich richtig gehen möchte, muss ich mal ein Bezug nehmen. Ja. Ja. Ja, da war schon mal jemand. Ja, da war mir schon. Ich bin da oben. Ja. Ja. Ja, das muss ja dann auch noch mal her kommen. Ja, aber what the hell, was müssen wir denn jetzt machen? also es gibt zwei Tore oder? welchen willst du rein? da bin ich weiß, das was da hinten offen ist, das Ote und da sieht mich gerade raus, da kommen wir in die erste area wo wir waren, aber wenn das jetzt offen ist, vielleicht ist oben was anderes, aber ich schau mal, das ist bei mir einfach so lange hierher, das Spiel. so jetzt sind wir mal zu sechs, servus. servus. servus, servus, machen Sie sich mal hier, ein bisschen Wind aus, weißt du wo es, wo es denn hier weiter ging, ach da, meine Hacke, war das jetzt in dem Raum, mit denen da eben waren, oder? nee, das ist mein erster Raum, aber ich kann das auch hier aktivieren, wollen die mich verkack eiern? ich kann ja auch, wenn du aufbauen, warten. war da gerade jemand bei dem mal irgendwo, das ist die Uransicht, also so ist das Original. ich weiß nicht, wo es weitergeht. ich weiß nicht, wo es weitergeht. ja, das ist auch so. ja, das ist auch so. es gibt es doch nicht. weil irgendwo muss ich doch nachgucken können. ich bin da schon in der Zeit. so, ich bin da erst noch keine Tasche dafür. ich bin da aus. okay, ich bin da vorne. Aber wie ihan Sentenciere in die Alianz? und da ist der Was geht los? Turtle Beans. Nicht beide. Okay. Gehst du vor. Ne, geh du. Ne, bitte, bitte, bitte. Das ist der Matrix. Matrix ist schnell. Das wird voll absucht gehen. 16 Liter, aber so arm. Zeig, dass sie nicht zu laut sind und dann in der Reco-Vertigts was tun. Was? Was? Wenn du was trinkst, erst durch den Hinstieg einfach. Ja. Ich hab eben alles da. Hm? Das ist ja hier der Text. Brauch halt irgendwas. Ich weiß nicht, ich würde gehen mit den Betten. Ich schreit. Ja gut. Dann kühlt er wenigstens gut. Ja. Ja. So, wir haben jetzt dann wieder bald Zeit für eine Pause, gell? Ja, 20 Minuten haben wir noch. Genau. Da hinten. Kannst du alle ausschrecken, glaube ich. Kannst du auch ausschrecken? Kannst du auch ausschrecken. Ja, da hinten. Das ist schwer. Ihr müsst doch die Leute dich schon unterhalten. Ja, 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 aber was soll ich denn sagen? Soll ich sagen, hier ist nichts los, ich bleib hier stehen. Er ist gesteckt. Er ist gesteckt! Ganz auf Suchzorn. Stabig los. Das war's. Gut, ja, ich hab mitgenommen. Yo! Optimus Primus! Hier unten hab ich mal alle Bett genanzt. Ich suche am besten eine reguläre Bekanäle. Ach so. Zehn, Frau Halpern. Zehn. 28. 28. Herr Schmarrn. 28. Ich dachte, Sie machen. Ich muss erst die Mobilität weglazen. Das war mit echtem Begnügen. Ja, aber vorhin nur 6. Wie will gerade das noch kommen? Ja, 8.30 Uhr bin ich jetzt am Dorfstein. Aber das hat kein Geld. Ich werde von oben so dermaßen niedergemacht. Ich muss erst die oberen wegnassen. Ich muss erst die oberen wegnassen. Wir sind ja 500 Studenten. Ich glaube, das ist auch ganz zu viel. Da ist immer noch 20 Prozent. Das ist viel einfacher. Es geht so schnell. Hey. Es ist fein, glaube ich. Direkt den Weg nach oben suchen. Ich hab... Wir müssen erst die oberen wegnassen. Ich weiß nicht. 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 Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Schön. Du bist nicht schnell hier rein. Du bist so schnell da. Und... Machst du einen Check-Anhiff? Ja. Machst du mal, dass du gegangen bist? Da warst du noch einen Zug. Machst du mal, dass du gegangen bist? Du bist fast von Anfang an und zugeschaut. Ja. Ich hatte mal Liga-Flexes und da können wir noch einen zu drüben werden und ich spielen. Irgendwo hören wir Geräusche. Draußen. Alter! Das gibt's doch nicht! Ich wüsste kaum gleichzeitig an. Deine oben und der von oben ist bei dir. Der ist tot. Komm jetzt laden wir den Schritten da hoch. Hi! Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Das sind solche Lacker. Das sind PCs, die müssen Lacker sein. Da braucht man hier immer einen mit. Ja, da ist er. Viertelweide geht's doch. Da kann ich jetzt noch den Lacker oben bieten. Muss nachladen. So. Oh, wie machst du da jetzt einen Sound? Hinter uns! Ja, komm ey! Aber normalerweise reicht's, wenn du den USB-Anschluss zum Beispiel dran hast. Ja gut, ich hab keinen Porto, ich hab den Fernseher frei. Wie? Für Sound. Ich mein, weil du hast ja den Klingke auftragen, oder? Ja, ja. Ja, ja. Dann muss ich den Sound kriegen. Ja, dann kann ich dich wieder aufsauen. Ja, ja. Aber wir müssen den Spannungen ausstecken. Ja, das ist gut. Dann darf ich keinen Platz mehr versauen. Dann kann ich mir das so mehrfach auf die Akademie. Dann hab ich halt nur die Spannung. Dann hab ich den Sound. 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 So, jetzt haben wir da noch einen Schuss. Ja, ich kenn dir auch mal nach. Komm! Irgendwann wird der nicht mehr gucken, oder? Doch! Warten Sie! Ich greife auf das Gefechtsnetz der Allianzzuzone und suche einen Umgehungscode zum Tür öffnen. Ich arbeite daran. Da läuft jemand rum. Ja, deswegen sag ich ja nicht hinterher kommen. Ja, deswegen sag ich ja nicht hinterher kommen. Weil das Kombi hab ich gemeint. Ja, ich weiß das Radar, Mensch. Ja, ich weiß das Radar, Mensch. Alter! Man kann's vergessen. Ich weiß es schon mal. Aber ich weiß es nicht. Aber es sind kurz. Jetzt geht's mir jetzt. Dann geht's noch mal zurück. Ja, dann geht's nochmal zurück. Das ist gut! Das ist gut. 5-5. GG! Oder? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Es muss bloß in die Position kommen, dass es nicht verliert. Ich kann nicht versprechen, dass sie wieder aufgeht, wenn sie erst wieder zu ist. Jetzt kannst du wieder zusammenlaufen. Das ist 20 Minuten lang. War doch gleich Kontrollpunkt, lauf doch mal zusammen, so macht es doch gar keinen Spaß. Was ist das denn? Das war's für heute. 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 Wir machen jetzt Pause. Wir lassen wieder, weil wir haben jetzt wegen zwei Minuten, eine Minute Scheiß drauf. Wir sehen uns gleich wieder. Das ist dumme Palsä. Das war's für heute. Danke.